Ja, und zwar geht das ganz einfach. Ihr benötigt einfach einen flachen Gegenstand. Entweder hier, wie in diesem Fall, eine Nagelfeile oder einen flachen Schraubenzieher. Und mit dem könnt ihr dann unter der Zierleiste runtergehen und die Zierleiste von der Verkleidung abhebeln. Also über ein Stück immer runter und die müssen abhebeln. Empfehlenswert wäre vielleicht, dass man die Nagelfeile oder diesen Schraubenzieher mit einem Lappen schützt, dass ihr euch keine Kratzer in diese Kunststoffverteilung reinhaut. So, und dann könnt ihr das hebeln. Wie gesagt, Vorsicht geboten, da die Zierleiste mit kleinen Bolzen gehalten sind. Und die können ganz schnell abbrechen oder kaputt gehen. So, wenn man schon eine Seite hat, dann geht das auch ganz fix. Das ist die Zierleiste. Die hatte ich schon mal abgemacht, wie man sieht, und hatte die mit Carbonfolie überzogen. Ja, so, hier sieht man dann, ja, das sind Schrauben kann man dazu sagen, ne, so kleine Bolzen. Die gehen dann hier rein. Und, ja, sollte man aufpassen, wenn man es mit starker Gewalt löst, kann es sein, dass die Halterung, wo der Bolzen drin ist, dass das dann abreißt oder zerbricht. Und dann habt ihr dann an diesem Punkt keine Halb mehr, also das würde dann wackeln oder eventuell dann quietschen, wenn ihr auf der Fahrt. So, montieren, ist genau das gleiche wieder, also ranstecken. Hier sehen wir hier jetzt einen kleinen Haken, der da reinkommt. Und dann könnt ihr das draufstecken und mit leichten Druck oder Schlacht wieder draufsetzen. Ja, das funktioniert so in allen vielen Türen und auch in die Interieurleisten am Armaturenbrett werden auch so gelöst. Aber wie gesagt, mit äußerster Vorsicht rangehen, weil wir wollen ja nicht kaputt machen.